Hallo Leute, ja, sorry, ähm, ich wollte nicht mehr so gucken, es ist jetzt unter 40 Abos, das heißt, ähm, ja, was heißt denn das? Nachdenken tut's ja da weh, ja, also, ich muss einfach nachdenken, mein Kopf ist zu klein, mein Kopf ist ganz mini, ja, ich will jetzt nicht rumblöde, aber ich wollte sagen, das Abo-Spezial wird erstmal verschoben, weil das Mindestangebot an Abos waren 40, hab ich auch in dem Video eingetragen, ich weiß nicht, ob ihr eine andere Zeile gehört habt, kann ich jetzt nicht mehr sagen, kann ich, nee, ich bin jetzt ehrlich, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, und, ähm, falls du mir auch, es wird okay, du bist echt langweilig, ich hab was Besseres zu tun, als den Kanal zu sehen, ich glaube, dass die Abo wird dir gut tun, dann mach das doch einfach, genau, und, ähm, ja, für die anderen Leute, die im Lieben sind, sorry, es tut mir leid, also, das Abo wird leider verschoben, bis die Mindestanzahl wieder nach oben geht, bis mindestens 40 auf dem Kanal sind, also, ich sag was, eins, ja, ich nehme das immer, ich nehme das immer, ich nehme das immer recht im Kauf, ich nehme jedes Diabo im Kauf, wie ihr sagt, ich meckere, darum, Gott, das will nicht rum, ich bin okay, nur, 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 Meckertyp, ja, und, ähm, ich hoffe, dass ihr könnt, mich gerne alle deabonnieren, dann habe ich erst richtig viel Luft für normale LPs, jetzt werde ich mal so ein bisschen frecherweise sagen, ich bin sogar dankbar, dass das Diabo kommt, jetzt von dem 40, weil dann habe ich mir wirklich wieder Luft, ich habe Luft, um endlich mal ein normales LP zu führen, ich kann endlich mal wieder normale Let's Plays machen, ohne da stundenlang zu sitzen und Videos zu sortieren, ich bin echt dafür, ich, ne, also, ich weiß nicht, wie ihr darauf reagieren tut, aber ich bin ein bisschen dankbar, obwohl das jetzt ein bisschen frech von mir ist, ja, also, geht's jetzt nochmal weiter, es sei denn, es kommt 40, liegt ja alles an euch, liebe Zuschauer, tierace ist das. tierace ist das. . . . Vielen Dank.